Seine Mutter warf ihn in den Fluss. Plötzlich war er alleine. Seine einzige Nahrungsfälle, die er hatte, war verschwunden. Das war alles, was er kannte. Doch jetzt war sie weg. Plötzlich wurde die Welt um ihn herum kalt und nur Fremde umgaben ihn. Das neugeborene Kind schrie. Er dachte, sein Leben sei vorbei. Was das Kind nicht wusste, war, dass jemand auf ihn aufpasste. Es gab einen Plan für ihn. Alles, was ihm weggenommen wurde, wurde von seinem Beschützer durch etwas Besseres ersetzt. Die Nahrung, die er mal durch das Blut erhalten hatte, wurde bald durch die Milch seiner Mutter ersetzt. Und die instabilen Wände seines Hauses wurden durch ein Schloss ersetzt. Seine Familie wurde ihm durch Gefährten ersetzt. Und dennoch, für das neugeborene Kind schien es, als hätte er alles verloren. Doch dann wurde er zu einem Mann. Und Allah subhanahu wa ta'ala vollbrachte seinen Plan. Und das war die Geburtstunde des Propheten Musa a.s. Wie bei der Geschichte von Musa a.s., nehmen die Dinge oftmals einen anderen Lauf. Einen Lauf, wovon wir nicht ausgegangen sind. An dieser Stelle bedeutet Tawakkul, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Plan für uns hat. Wir müssen Vertrauen in Allah azza wa jal haben, dass sein Plan der beste Plan ist. Tawakkul bedeutet, sicher zu sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich um dich kümmern wird, selbst wenn die Dinge unmöglich scheinen. Das Wort Tawakkul kommt von Wakil. Und der Wakil ist jemand, dem man die Vollmacht für eine Angelegenheit erteilt. So nennt man den Anwalt Wakil. Weil man ihm das Vertrauen schenkt, damit dieser einem aus einer Situation hilft. Als Ibrahim a.s. ins Feuer geworfen wurde und sich seine ganzen Feinde um ihn versammelt haben, hatte er keine Angst gehabt, weil er Allah subhanahu wa ta'ala sogar in einer aussichtslosen Situation vertraut hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm geholfen. Auch bei diesem Verständnis gibt es unter den Muslimen ein Missverständnis. Unter Tawakkul verstehen sie Apathie. Du sollst dich entspannen und nichts tun. Außer vielleicht Dua. Du brauchst nicht zu arbeiten, denn Allah ist der Versorger. Du musst ihm vertrauen. Auch sagen sie, Vertrauen bedeutet, dass ich auf wundersame Weise geheilt werde und keine Medizin einnehmen muss, wenn ich krank bin. Oder diese Erde gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und er entscheidet, wann der Sieg kommt. Deshalb können und brauchen wir nichts zu tun. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Würdet ihr auf Allah vertrauen, so wie ihr auf ihn vertrauen solltet, so würde er euch versorgen, wie er den Vogel versorgen hat. Er fliegt mit leerem Magen hinaus und kehrt mit vollem Magen zurück. Dieser Hadith besagt nicht, dass der Vogel sich in seinem Nest versteckt und einfach wartet, bis seine Versorgung kommt. Nein, die Vögel fliegen fort in Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala und suchen nach ihrer Versorgung. Dieser Vogel macht Tawakkul, was sich darin äußert, alle Mittel zu nutzen und alle Handlungen zu setzen, während man auf Allah vertraut. Sich einfach nur gehen zu lassen, ohne Arbeit, ohne Streben, ist reine Apathie, auch wenn derjenige, der das tut, den Anschein erweckt, sich auf Allah subhanahu wa ta'ala zu verlassen. So wie auch viele andere Ideen des Islam, ist Tawakkul eine praktische Idee, die an Bedingungen geknüpft ist. Du willst dich verändern und vielleicht den Hijab tragen, aber du traust dich nicht. Genau hier ist Tawakkul gefragt. Vollziehe die Handlung und vertraue auf deinen Herrn. Er wird dich beschützen und dich versorgen. Millionen andere haben es doch auch geschafft. Denkst du, Allah wird dich alleine lassen?